Jo moin Freunde und willkommen zurück auf meinem Kanal. Willkommen zu einer weiteren Runde hier mit meinen kompakten Fixed Blades für die Hosentasche. Keine Rangfolge, sondern einfach eine lose Reihenfolge. Und heute möchte ich euch ein paar Sätze erzählen zu dem MKM Mikita gefertigten Bob Tarsuola Design TPF, dem Tactical Pocket Fixed Blade, Tactical Pocket Fixed Blade Defense. Ja, das ist mal eine Aneinanderreihung von Buchstaben und Wörtern. Da muss man echt aufpassen, dass man das geradeaus rauskriegt. Also MKM Mikita Bob Tarsuola TPF Tactical Pocket Fixed Blade Defense. Ja, ich glaube, das war korrekt. Bevor wir zum Messer kommen, möchte ich auf zwei Sachen hinweisen. Zum einen, die Crowds sind online. Schaut unbedingt mal rein. Link unten in der Videobeschreibung. Wir haben eine Menge, Menge Sachen geplant und ja, schaut auf jeden Fall mal auf der Homepage vorbei. Ich weiß nicht, ob der QR-Code über das Display scannbar ist. Probiert es einfach mal aus. Ansonsten www.crowds-knives.com, crowds-knives, crowds-knives auf Instagram oder ihr meldet euch direkt an. Ihr subscribt für unsere Newsletter über info at crowds-knives.com. Ich würde mich sehr, sehr freuen. Wir alle würden uns sehr, sehr freuen. Schaut einfach mal rein in dieses Projekt. Das wird großartig. So, und das Zweite, worauf ich hinweisen möchte, ist diese großartige Aktion von Goose von Ruhrpott Outdoor. Stop the hate on YouTube. Don't be like Engelbert. Hier ging es um jemanden, der über einen langen, 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 langen Zeitraum immer wieder, ja, ziemlich unsinnige, teils beleidigende, teils einfach nur komplett bescheuerte Kommentare unter die Videos von Ruhrpott Outdoor gestellt hat. So, dass der liebe Goose sich hat einfallen lassen, das Ganze ins Gegenteil zu verkehren, aus der Aktion was Gutes zu drehen. Es gab diese Patches, die mittlerweile lange ausverkauft sind für einen Zehner, wovon 5 Euro für den guten Zweck gespendet werden. Ich verlinke euch das Video vom Goose gerne nochmal unten in der Videobeschreibung. Ich gehe davon aus, die meisten von euch werden es gesehen haben. Falls nicht, schaut unbedingt mal rein. Es ist eine gute und wichtige Message, die dahinter steht. Ja, stop the hate on YouTube, beziehungsweise stop the hate on Social Media. Da sind einfach mal alle aufgefordert, ihre eigenen Verhaltensweisen und ihre eigenen Kommentare ein bisschen zu hinterfragen. und mal zu schauen, ob das jetzt wirklich nötig ist, in dieser Form loszupoltern, wie es viele dann einfach in der entsprechenden Situation tun. So, jetzt aber zum TPF. Dieses wunderbare Messerchen. Ja, ist jetzt, ich weiß gar nicht, ich kann nicht mehr genau sagen, wann ich die Vorstellung gemacht habe. Irgendwann im letzten Jahr 2023. Ich habe die ersten Bilder gesehen und habe mir das Teil größer vorgestellt. Eines der für mich attraktivsten, schönsten Fixed Blades auf dem Markt aller Zeiten, aller, aller, aller Zeiten, ist das von Bill Harsey designte Spartan Blades Defensa. Ja, ich weiß, das ist ein Fighter, das ist ein taktisches Messer. Das hat also mit Outdoor und Bushcraft und dem, was wir so gerne vorgeben mit den Messern zu tun. Wir zum Beispiel, ich habe hier von Saturn Knives das kompaktere Modell, Moletta Design. Das hat also mit dem Outdoor-Messer im Detail dann gar nicht mehr so viel zu tun, sondern das kommt schon aus einer anderen Ecke. Aber ich finde es einfach wahnsinnig stimmig, wahnsinnig schön, wahnsinnig elegant. Und als ich die ersten Bilder von dem Bob-Tersuola-Design hier gesehen habe, hat das in mir genau dieses Glöckchen angeschlagen, das das Harsey Defensa auch angeschlagen hat. Ich war total begeistert von der Form, von der Linie, von der Ästhetik. Und mir war klar, das Teil musst du irgendwie in die Finger kriegen. Erfüllungsgehilfen in dem Fall waren Tools4Gents. Ganz, ganz liebe Grüße raus an das ganze Team, an Richie, an Dennis und alle, die sonst irgendwie mitbeteiligt sind. Ja, über Tools4Gents konnte ich das Messerchen schließlich beziehen. Und ja, ich habe niemals aufgehört in der ganzen Zeit, dieses kleine Teil zu bewundern. Wir haben einen vollwertigen Griff. Ich habe mir von vornherein vorgestellt, das Ding wäre 20% größer. Ich bin so von, weiß ich nicht, 21,5, 22 cm ausgegangen, Gesamtlänge, bei einer Klingenlänge dann entsprechend von 10,5, 11 cm. Da sind wir deutlich drunter. Sieht man vielleicht schon, wenn ich das Ding in die Hand nehme. Das ist doch dann auch eher noch auf der kompakten Seite unterwegs. Und weil es tatsächlich keine scharfe, falsche Schneide hat. Falsche Schneide bedeutet ja nicht unscharfe Schneide, sondern falsche Schneide bedeutet auf der entgegengesetzten Seite der eigentlichen Schneide eine zweite Schneide. Das heißt hier in dem Fall scharfer klingen Rücken. Das ist nur eine Swatch, also eine angedeutete, falsche Schneide. Aber diese ist, wie bei so vielen Tersuola-Designs, absolut wunderschön ausgeführt. Auch hier beinahe Dagger-Design, also beinahe ein Mittelspitz. Ist es aber nicht. Es ist hier noch eine Drop-Point. Wir sehen die unterschiedlichen Höhen. In dem Bereich tatsächlich hier würde ich noch sagen 2 zu 1 aufgeteilt. Nach vorne ändert sich das Verhältnis natürlich ein bisschen. Aber es geht grob in die Richtung Dagger-Design, also Dolch. Auch wenn es hier in dem Fall nur ein Drop-Point ist. Wir haben eine Schleifkerbe. Ansonsten Ricasso und Klingenspiegel, also die Flats. Alles relativ unspektakulär. Nicht wirklich aufregend designt. Die Swatch hat keinen fließenden Übergang, sondern auch nochmal dieses kleine Dreieck, diesen Winkel. Sehr, sehr schön gelöst. Toll verarbeitet, muss ich sagen. Also das ist alles extrem sauber ausgeführt. Extrem symmetrisch. Das gefällt mir richtig, richtig gut. Der Anschliff ist sauber. Wird nach vorne zur Klingenspitze hin. Ja, ein klitzekleines bisschen breiter. Das liegt dann an einer Materialstärke. Ich gehe davon aus, dass der Winkel absolut symmetrisch ist. Also gleichbleibend über die gesamte Länge. Und wenn du mehr Material hast bei gleichem Winkel, wird die Schneidphase natürlich etwas breiter. Wir haben ja sehr viel Gymping über den kompletten R verteilt. Das gibt so Medium Traction, würde ich mal behaupten. Also wenn du hier mit dem Daumen drüber gehst, ja, hast du auf jeden Fall den Widerstand. Auch hier und auch hier. Allerdings ist es hier zum Teil halt zwischen den Griffschalen eingebettet. Das heißt, es ist vorhanden. Es ist spürbar, aber nicht wirklich so 100%, 1000% effektiv. Muss es auch gar nicht sein bei so einem kompakten Messerchen. Allerdings haben wir dann diese Daumenrampe. Da funktioniert es ganz gut, wenn ich halt richtig mit Druck arbeite. Also wenn der Daumen richtig fest dort reingeht, dann entsprechend effektiv ist auch das Gymping. Aber das, was ich hier vorne habe, das ist nochmal ein ganz anderer Schnack. Da ist keine Griffschale rechts und links. Da haben wir die Zacken in voller Höhe. Also die Einkerbungen. Und wenn ich mit dem Daumen dann in den Vorgriff gehe, wenn ich druckvoll schneiden und arbeiten möchte, habe ich hier fantastisches, fantastisches Feedback. Wir haben eine relativ hohe Klingenstärke. Ich gehe mal davon aus, das sind so etwa 3,5 mm. Ich habe jetzt nicht nochmal extra nachgeguckt. Das hier soll ja mehr eine lose Plauderei über meine Lieblingskompakten fix sein. Also das funktioniert alles einwandfrei. Die Swatch ist auch erst dann vorhanden, da wo der Daumen keine Auflagefläche mehr braucht. Alles das ist wirklich, wirklich, wirklich durchdacht und sitzt zu 100%. Die Rampe funktioniert einwandfrei. Ich kann also mit dem Daumen dahinter gehen. Dann habe ich natürlich die Stabby-Stabby-Motion. Ich überlasse das jetzt jedem Einzelnen, wofür man die gebrauchen könnte. Milchkartons oder so. Und dann natürlich fürs Druckvolle schneiden. Ich glaube, das Ding kannst du sogar zum Schnitzen gebrauchen. Das ist natürlich nicht die perfekte Klingenform und nicht der perfekte Anschliff als Schnitzmesserchen. Aber ich glaube, selbst da würde es noch eine halbwegs gute Figur machen. Ja, das soweit zum Messerchen selber. Wie gesagt, ich kriege beim lockeren Griff auch problemlos alle vier Finger drauf. Wenn ich jetzt in den Hammergrip gehe, wird es hinten ein ganz klein bisschen knapp mit dem letzten Fingerchen. Ach so, ja, übrigens meine Sonnenallergie. Es ist Mai, die ersten richtig heißen Tage waren und prompt kehrt meine Sonnenallergie zurück. Da muss ich jetzt durch für die nächsten ein, zwei Wochen, dann ist das auch wieder besser. Könnt ihr also auf jeden Fall an meinem Handrücken erkennen, welche Videos ich in kurzer Folge gedreht habe. Für alle, die da besonders drauf achten. Ja, die Lederscheide, richtig schön gearbeitet. Jetzt nicht ultra dick oder was der Geier, besonders aufwendig. Aber wirklich, wirklich schön gearbeitet. MKM, made in Italy, italienische Leder waren ja immer so eine Sache für sich. Das Messer sitzt sehr sauber, sehr sicher da drin. Absolut spielfrei, wackelfrei. Und dazu kommt, dass wir hier hinten diese Lasche mit Neodym-Magnet haben. Das sitzt A, hervorragend in der Hosentasche. B, hast du keinen Metallclip, mit dem du dir irgendwann den Hosentaschensaum kaputt machst. Und C, sorgt die dafür, dass das Messer auch in dieser Form nicht aus der Scheide rausfällt, sondern immer noch gehalten wird. Ja, Nachteil. Der eine oder andere wird sich an meine alten Bark River Videos erinnern. Denn so ein Neodym-Magnet kann dann auch mal unangenehm auf die Klinge Einfluss nehmen und die ganze Sache dann auch ein bisschen magnetisieren. Das heißt, wenn du dann irgendwann deine Messerchen in die Reihe legst, hast du halt eins dabei, was immer nach rechts und links ausschlägt, wie eine Kompassnadel. Ist bis jetzt Gott sei Dank noch nicht passiert. Von daher, alles gut. Das Konzept mit der Lederscheide kriegt von mir eine Eins mit Sternchen. Absolut genial. Dazu kommt dieses nahezu perfekte Messerchen. Wie gesagt, Größe war so das Einzige, wo ich dachte, okay, habe ich mir anders vorgestellt. Habe ich mich aber sehr, sehr schnell dran gewöhnt. So, wir sprechen hier von einer Klingenlänge von 8,7 Zentimetern. Mittig, gemessen, scharf und diagonal sind 8,3. Und wir haben eine Gesamtlänge von 18,3, etwa 183, 184 Millimetern. Das würde ich bei den Fixed Blades auf jeden Fall noch als kompakt und Hosentaschen-tauglich durchgehen lassen. Ja, es ist von denen, die ich bis jetzt gezeigt habe, das Größte. Es wird aber nicht das Schwerste sein. Da habe ich noch was in petto, das gewichtsmäßig auf jeden Fall drüber liegen wird. Die beiden bisher gezeigten Waren, jetzt muss ich gerade mal nach rechts und links schauen, wo ich sie habe. Gesamtpaket, Messerdepot, Sven Kienast, SK09, 106,8 für das Gesamtpaket. Und das Mercury Knives Kali, 100,8, also 6 Gramm dazwischen für das gesamte Paket. Und wird hier natürlich jetzt ein bisschen anders aussehen. Wir haben 86,4. 86,4 nur für das Messer. Zur Erinnerung. 86,4 auf den Punkt. Also aufs Zehntelgramm genau das gleiche Gewicht wie das SK09. Bei etwa einem Zentimeter, guten Zentimeter mehr Schneide und natürlich deutlich mehr Griff. Liegt natürlich beim SK an den massiven Titan-Griffschalen. So, und das Gesamtgewicht inklusive der Lederscheide. Jetzt werden wir natürlich an den Punkt kommen, wo dieses Messerchen dann schwerer ist. Ja, okay. Wir haben ein kleines Magnetproblem. Also 133,6. Da würde ich glatt sagen, das ist immer noch in dem Bereich, der ist Hosentaschen tauglich. Ich greife mal kurz nach vorne. Da liegt dann ganz rein zufällig das Sascha Thiel Officer V4. Einer meiner liebsten Folder aller Zeiten. Vielleicht sogar ein Grail. So, 100, was hat man, 136,4? 133,6. So rum. 133,6. Und das Officer wiegt 122,9. Also, da sind 10,5 Gramm ungefähr dazwischen, zwischen einem G10 und Titan Framelock Folder und dem Gesamtpaket aus dem Tersuola TPF Plus Lederscheide mit Magneten. Also auch hier würde ich sagen, definitiv eine EDC-Option. Nicht das leichteste. Ich habe tatsächlich in den letzten Tagen dieses Messerchen auch mal wieder ein, zwei Mal dabei gehabt. Und habe dann tatsächlich auf dieses Paket verzichtet. Ja, wir befinden uns jetzt Mitte, Ende Mai. Es ist das Pfingstwochenende. Wir sind gerade mal dreieinhalb Wochen vor der Woche mit den längsten Tagen. Es ist ja, ja, offiziell ist es der 21. Juni. Aber schon die Woche davor haben wir den Sonnenhöchststand etwa erreicht. Da tut sich da nicht mehr viel, nur noch um eine Minute oder so. Also wir sind nahezu bei den längsten Tagen. Das heißt, hier kann ich dann tatsächlich auch mal gerne auf die Taschenlampe verzichten. Zumal meistens in dem Rucksack noch irgendwo eine rumfliegt. Von daher passt das schon. Also wenn das MKM in die Tasche gewandert ist, dann tatsächlich als einziges Messer für den Tag. Ich habe es auch teilweise im Rucksack dabei gehabt. Und dann nach wie vor, da ist die kleine EDC-Pouch in der rechten Hosentasche. Aber wie gesagt, wenn das MKM, wenn das Tersuola in die Hosentasche wandert, dann ist es tatsächlich der einzige EDC-Gegenstand, den ich an dem Tag dabei habe. Stifte habe ich eh im Rucksack und auf die Taschenlampe kann ich dann einfach mal verzichten. Jo, längstes Video bis jetzt. Ich hätte nicht gedacht, dass ich zu dem so viel zu sagen habe. Tersuola MKM Made by Mikita Achso, Magna Cut, habe ich noch gar nicht erwähnt. Also die Klinge ist Magna Cut. Sollte man vielleicht noch dazu sagen. Großartiges, großartiges Teil. Definitiv das Stahl-Highlight bis jetzt. Wir hatten Sandvik, wir hatten N690 und jetzt haben wir tatsächlich eines in Magna Cut. Ja, das soll es gewesen sein. Grüße an das Team TFG. Euch allen vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann immer ihr dieses Video schaut. Und ich sage wie immer, wir sehen, hören und lesen uns schon bald wieder. Bis dahin. Bye, bye.